So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun, da wir zwei weniger sind und der Chuck gemeint hat, dann muss der Clementine sagen, was abgeht. So nach dem Motto, ey, du stirbst auch bald, du Sau. Muss ich dir mal gerade meine Meinung geigen, muss ich euch beeilen. Ja, halt's Maul! Ich geb dir gleich, weil's wahr ist. Ich weiß nicht, was du mit dir, Leute. Aber ich kann dir sagen, wie sicher, dass der Sonne morgen morgen kommen wird. Aber ihr geht weiter, ich glaube, und die Frau wird nicht mehr machen. Was wissen Sie? Ich weiß, dass du keinen Plan hast. Wir kommen in Savannah und dann was? Wir finden ein Boot. Du denkst, das ist eine neue Idee? Du hast sogar die buggieste Idee, wo du einen von diesen finden kannst. Hafen? Hallo? Hallo? Genau, das kleine Mädchen. Mensch, Kinder. Mensch, Kinder. Darf ich ihn eigentlich einfach mal runtertreten oder so? Ja, da sind echt viele gestorben. Ich höre dich. Ich höre dich. Eine Plane, eine Haarekette und eine Schuhe. Das ist ein guter Hinweis. Es ist etwas. Ja. Erstmal froh, ob der Typ Familie hat. Vorher schon sah, dass ich die Klebup erschossen habe. Ja, das ist echt scheiße. Ah, doch, die Wauke. Ähm. 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 Genau, immer mal in irgendeine Richtung. Scheiß drauf, Hauptsache am Schluss bin ich sicher. So in der Art. Was soll ich da sonst machen? Ähm. Wie soll also Heimers los? Ähm. Du Penne. Ja, das ist cool. So, dann würde ich doch sagen, gerne mal der kleinen Clementine die Haare schneiden und träg mal eine Waffe in die Hand. Sonst säß. So mein Kind, das hier ist der Abzug. Das andere ist das Magazin. Was ist eigentlich mit dem los? Hallo. Junge. Es sind viele von uns nicht mehr. Ja. Ja. Du, ich und Kenny. Clementine. Ein ohne Mann, wenn er sich umgekehrt ist. Willst du dich aufstehen? Ich kann nur so viel als jemand anderen. Gut. Ich hoffe, das ist wahr. Ja. Carly hat nicht mehr zu sterben, du weißt. Sie würde mich anstatt haben. Ja, vielleicht. Ich sehe dich. Ja. Grinz. Die Stunt, bro. Ja, so sind sie, die Leute. So, Clem. Zeit für einen Haarschnitt. Was ist denn das? Ja, hoffe ich auch. So. Ja, der hat eine Zeit hier gewohnt. So. Komischer, widerlicher Whisky. Jetzt kann man einen Haarschnitt geben. Da muss auch eine Schere drin sein. Da haben wir sie. So. Ja, genau. Hm-hm. Hm-hm. Warum redet ihr so lange im heißen Breiraum? Komm, schnippel die Hohen ab. Da war ich kein Trostner. Erstmal, nicht Angst. Es ist nur eine Sache. Geh es. Aber weiß, wo ihr Finger ist, all die Zeit. Und nicht auf den Trigger, wenn du jemanden will. Okay. 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 See, it's not scary. It's heavy. It's heavy. You'll get stronger. The aim, you look right down the top through that notch. Line up the side of the end with your target. Is there anything else I should know? Squeeze the trigger. Steadly, okay? Give it a quick yanker point. Genau, immer schön vorsichtig. Hey, I can do that. Das ist gut. Gut. Es wird schwer sein. Aber erinnere mich, das zu tun. Du wirst auf das, was du anstiegst. Okay. Ich bin bereit. Ach du Scheiße. So. Oh. Good. Don't lock your elbows. Okay. Let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. Hehehe. Let's stick with it, okay? Do I have to? Genau. Ich muss hin. Mein Kind. Ich muss hin. Oh my god. Ich muss hin. Yes. Aber er kann es weiter verpassen. See it. See it. See it. See it. See it. See it. So. Okay, links. Jawoll. Prozent Prozent Mädel, du warst noch zum Killer! Zum Profi! Na, wie viel leere Flange haben die da am Zug? Der Penner muss ja gesoffen haben wie ein Loch. Nach links. Tiefer. Jawoll! So läuft die Geschichte. Jetzt wird dem Kind nur beigebracht. Die werden noch zum Profi-Killer. Jawoll! Sieht! Ja, du hast es gemacht. Ich spät den Trigger, wie du gesagt hast. Ich weiß. Du hast es gut gemacht. Sie sind nicht Walkers, aber... Nein. Aber du wirst jetzt wissen, wie diese Dinge funktionieren. Wir werden dich als Walkers zu einem Tag. Okay. Ich fühle mich gut. Ich bin schon wieder. Walkers losgelost und dann... Ne? So. Jetzt müssen wir noch die Haare schneiden. So, du... So, du kannst dich nicht äh, also? Oh nein. Was ist passiert? Nichts! Wir müssen sagen du süß. So, du kannst dich nicht bei dir mal so. Das ist nicht schön. Was ist zu schön. Du sagst, das zu r叫? Nein. Ja genau, nur die Spitzen ein bisschen nachschneiden bitte und ein bisschen Blei ist und so nicht? Na gut, eigentlich schon, aber sonst habe ich keinen Plan was ich machen soll So Ach du Scheiße Warum? Na ja, kleine Kinder weiß man nie, muss man schon manchmal bisschen schützen Hm Killing ist bad, no matter what Why are you doing now to protect yourself? And to protect me? Doesn't make it good But you have to Ah, wo hat's denn die auf einmal her? Gott, zieht die jetzt hässlich aus, das ist ja der Wahnsinn. Zieh deine Kapp auf, Kind. Und ein viel schwerer zu holen. Oh, zieh das Kapp schuf. Dann ist alles wieder gut. Ja genau, es sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus. So, haben wir sonst noch was? Ich denke, es sieht gut aus. Meine Mutter wird es nicht. Ja genau. Geh mal ein bisschen glotzen und so. Ja, das hofft, glaube ich, jeder. Nur wie wir alle aus der TV-Serie wissen, ist es eigentlich nirgends, was ich erst sah. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Servus, Leute. Na, Ken, alles fresh? Genau! ihn interessiert ob ich früher jemanden getötet habe da trägt man mit dem alte knackern oder whisky in die hand wer klicklich ist die sau will ich was saufen ich meine ich hätte natürlich was mit dem trinken können so um vertrauen aufzubauen definitiv so Ja, lass mal her. So, Frau und Mutter. Ja, immer wieder gern. So. Mutter, die Ben, oder wie immer noch mal heißt, Frohn. Ich will ja auch was trinken. Ist das schon alt genug? Hey, bis dann. Was ist das für eine Konversation hier? Das ist toll. Das ist natürlich Weltklasse. Willst du immer noch mit mir sprechen? Ja, ich will. Ich bin wirklich entschuldigt. Lass uns jetzt für ein paar Mal verbrechen, okay? Was machst du hier? Ich, äh, könnte nicht mehr da sein. Ich brauch ein bisschen Luft. Was anderes? Ich dachte mir, mit Kenny zu sprechen. Okay. Nee, ist Fleisch. Ich kann sagen. Du getrachtest, warum, richtig? Ich gucke. Ja. Ansonsten. Ja. Wird er sterben? So. Guck, ob mit Klemmen irgendwas ist. Aber irgendwie ist mal wieder alles total überbevölkert. Ah, guck mal, da ein Plan. Komm mal. Ein Kind mal Plan machen. Hi. Das ist schön. Das ist schön. Richtig. Vor allem die Kleine. Die muss direkt wissen, was abgeht. Okay. 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 ich erkenne gar nichts auf plan leute ob es eine heranzoomt oder so immer in dasselbe ort also ich weiß nicht irgendwie das ist schön ja komm was solls solls es halt sagen ich meine was soll man machen ne klasse unerwartete verspätung schön richtig schön jetzt müssen wir uns gleich mal anschauen aber das alles erst der nächsten folge obwohl wir gerade gesehen haben was ist aber egal bis dahin macht's gut und haut rein bis dahin